Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Spyro The Remake Remastered The Dragon. So, sind sie nicht niedlich? Ja, hi. Ich mag diese Farbspielereien hier auf dem Wasser. Wir befinden uns bei den Peace Keeper. Ups. So. Da hatte ich doch versehentlich die Aufnahme beendet. So, wir befinden uns bei den Peace Keepern. Ups. Und offen sind für uns... Voila. Jetzt zwei Level. Also hier gibt es noch mehr als zwei Level. Aber zwei Level, die quasi in der Nähe sind. In denen wir noch nicht waren. So, ich denke mal, ich springe zuerst durch diese Tür hier. Die Klippenstadt. Ich weiß nicht, ob es ein ganzer Part wird, die Klippenstadt. Oder ob ich zu der Klippenstadt noch ein anderes Level mache. Das werde ich jetzt gleich sehen. Ich habe gerade einen Fähigkeitspunkt erhalten und ich weiß nicht mal wofür. Ui. Spyro. Spyro ist weggeflogen. Ach, da kommt er. Und Klatsch. So. Willkommen in der Klippenstadt. Hier gibt es ein Juwel. Und eine kleine Fahne, die ein bisschen seltsam aussieht. So. Toro. Oh, ich habe ihn kaputt gemacht. So, schauen wir uns doch mal um. Hier sind auf jeden Fall ein paar Juwelen. Ich glaube hier oben auch, aber da kommen wir erst zum Schluss des Levels hin. Ah ja, die hübsche Wolke aus dem Original haben wir sie hier gelassen. Das Originals Spyro stammt übrigens um 1998. Und jetzt fühle ich mich alt. Da hat sogar einen lustigen kleinen Bart. Habt ihr es gesehen? Ah, habe ich mir richtig gemerkt. Wenn man die Töpfe anpustet, hinterlassen sie Juwelen. Wie auch immer das funktioniert. Wahrscheinlich steigen die durch die Hitze auf. Was wird denn hier überhaupt gekocht? Für ein leckerer Lava-Eintopf. Es sieht aus wie ein Lava-Eintopf. Gut. Hier ist eine Kiste versteckt. Das ist ja gemein. Kragenechsen. Oh nein. Ich bin dead. Das ist einfach so witzig, diese Logik, dass hier irgendwie solche übergroßen Frauen stehen, die mit Kochlöffeln winken. Und diese komischen, ich weiß nicht, wie man sie nennen soll, die kleinen Räuberchen da anstupsen, dass sie mir entgegenrennen. Ja, jetzt haben wir hier wieder ein sehr schönes Bild. Und diese lustigen, wie soll man es denn, Sandstürme. Also wir befinden uns auf jeden Fall in der Wüste in diesem Level. Ich kann aber trotzdem nicht genau definieren, was das hier ist. Also selbst auf der Playstation 1, ich sehe diese Wolken, die sehen auch ein bisschen komisch aus. Also auf der Playstation 1 wandert die hier auch alles so ein bisschen. Interessant ist es trotzdem. Dieses Level ist nicht besonders groß. Ich nehme an, dass ich hier noch ein Level dran hänge für diesen Let's Play Part. Halvor! Beeindruckender Hammer. Schade, dass man seine Krallen nicht benutzen kann. Ich meine, wozu habe ich die denn? Die kleinen süßen Krällchen. Ach, Spyro sieht einfach so niedlich aus. Ich mag Spyro. Sein ganzes Design ist süß. Wie eine kleine knuffige Babykatze. Babykatze. Die Feuerspeit. Eine Babykatze, die Feuerspeit. Kleine süße Babykatze, die Feuerspeit. Mit Hörnern. Und kleinen süßen Flügelchen. Also eine kleine süße Babykatze, die Feuerspeit, Hörner hat und Flügelchen. So. Okay. Sappeln wir unsere Juwelen ein. Ich frage mich schon seit jeher, was das hier eigentlich für komische... für eine komische lila Brühe ist. War hier die Umweltverschmutzung zu Gange oder ist es irgendein magisches Gebräu? Auf jeden Fall sollte man es nicht berühren. Dadurch, dass man hier allgemein Flüssigkeiten nicht berühren darf, ist es schon fast ein bisschen schade. Das sähe bestimmt cool aus, wenn man da untertaucht. Oder man sieht gar nichts, weil das so ölig ist. Hm. Wir werden es niemals erfahren, wie es gewesen wäre. Oh. Stimmt, hier stehen ja zwei von euch. Oh. Und ich bin voll reingerannt. Ich stelle mich heute aber auch ein bisschen doof an. Ich gebe es zu. Heute stelle ich mich echt blöd an. So, von hier aus können wir auch nochmal einen Blick auf diese lustigen Sandstürme werfen. Das hier sieht eher aus wie so eine kleine Bubble. Eine kleine Blase. Hallo. Ach, du bist so... Ach, du bist wunderschön. Hast extra dein schönes kleines Armbändchen für mich angelegt. Und wie du deine Haare gestylt hast. Also, wirklich top. Am besten gefallen mir ihre Zähne. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, du wielen. Sie hat ihm eine geklatscht. Ehekrach. Also, ich meine, das ist völlig normal. Ihr jagt ja auch eure Partner mit einem Holzlöffel durch die Gegend, oder? Obwohl, es gibt hier alles einen Fetisch. Vielleicht auch dafür. So. Nein, ich möchte mich eigentlich in Spyro nicht mit irgendwelchen Fetischen auseinandersetzen. Hä? Oh. So eine Kiste ist das. Alles klar. Da muss ich dort hoch. Mh, das mache ich dann. Hops, die Hops, die Hops, die Hops. Unterhalten die sich eigentlich? Was macht sie da? Ach so, die rühren in ihren Töpfen rum. Ha! Genatzt beide gleichzeitig. Hups. Man könnte das Level jetzt schon verlassen, aber das wäre zu langweilig. Es gibt ja immer noch was zu entdecken in diesen Leveln. Dieser Kaktus, der ist feuerfest. Ach nee. Doch nicht. Wer hat eigentlich diese hübsche kleine Party-Gelande hier aufgehangen? Hm. Ach, deswegen der Eintopf. Die machen eigentlich eine hübsche Party und ich komme her und störe alle und fackel alle ab. Enzo. Hey, was ist auf der anderen Seite vom Fluss? Gleite doch hin und finde es heraus. Okay. Du warst mir keine Hilfe, Enzo. Enzo-Berazahn. Huch. Und zack. Oh. Da sind noch Juwelen. Muss ich mir merken. Ach, verdammt. Schade, schade. Ich dachte, das kriege ich noch. Kommst du da ran, Sparks? Natürlich nicht. Na, wenigstens wird jetzt hier eine Abkürzung frei. Der magische Teleport, der registriert hat, dass ich ja hier schon mal oben war. So. Aber von hier müsste ich doch rankommen. Juhu. Nein. So viel dazu. Okay. Dann sammle ich jetzt erstmal die Kiste ein. Die war... Die hier. Auf dieser Ebene. Gut. Aber da komme ich ran. So. Dann wollen wir mal den Rest dieses Levels erkunden. Oh. Hier war der Teleporter gar nicht. Dumm. 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 Die Musik von Spyro klingt immer... Wie soll ich das sagen? Es klingt chaotisch. Aber... Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Wie diese Musik ist. Verspielt? Verspielt ist vielleicht der richtige... Was? Warum? Wieso bin ich denn jetzt dagegen gekracht? Jetzt bin ich verwirrt. Warum bin ich jetzt dagegen gekracht? Hä? Das war ja seltsam. Ich meine, es ist ein bisschen knapp. Aber so knapp? Eigentlich auch wieder nicht. Na gut. Hallo, Geier. Hat mich nicht gesehen. Sag ja. Spyro kommt hin und fackelt alles und jeden ab. Und ich darf nicht in die Wüste hinaus. Versagt das magische Portal. Oh. Du wolltest mich kratzen, ja? Pah. Juckt mich nicht. Wieder ein Einzelner, der da rumliegt. Das finde ich immer fies. So. Hast du noch was hinterlassen? Sieht nicht so aus. Mach dir hier eigentlich auch dieses... ...nach unten gucken und... Nee. Also im Original, ähm, wenn der da immer auf Kanten steht, dann guckt er nach unten und schluckt. Nach dem Motto, oh nein, wenn ich da runterfalle, dann sterbe ich. Egal wie hoch die Stufe ist. Hihi. Hihi. Wie gebänzt. So. Hallöchen, my friend. Wie heißt du? Marco. Ja, Marco der Drache. Oh Gott. Du bist am höchsten Punkt der Klippenstadt. Von hier aus kannst du fast jeden Ort erreichen. Ich würde den Wirbelwind da drüben nutzen. Du hast Steampunkflügel, aber damit kann man doch nicht fliegen. Das sah nicht gesund aus. Deine Flügelchen da. Die Pseudoflügelchen. Okay. So. Fangen wir mal da drüben an. So. Ich sollte mehr trinken. Ich habe das Gefühl... Mein Hals ist ein bisschen rau. Uiuiuiuiui. Das war aber knapp. So. Plom. Ich bin heruntergeplumpst. Das war aber volle Absicht. So. Dann hole ich mir diese zwei, bevor ich die vergesse. Gehe wieder um die Ecke. Und zum Glück habe ich jetzt einen magischen Teleporter überall hin. So. Wo hole ich mir denn als erstes die Kisten? Lass mal hier die zwei Juwelen. Och. Komm, Spyro. Da muss man doch nicht fliegen. Da hätte doch ein großer Sprung gereicht. Ja. Sag ich doch. Geht doch. Geht doch. Huiuiuiui. Dass ihm davon nicht schlecht wird. Also mir würde ja leicht dezent übel werden, wenn ich mich die ganze Zeit im Kreis drehe. Während ich mich nach oben im Flug befinde. So. 380 Juwelen. Das ist ja noch nicht alles hier. Dann scheint es hier 400 zu geben. So. Ich habe das ganze Level leer geputzt. Hier lebt nichts mehr. Außer die paar Feen. Alles gut. Spyro kommt hin und bringt alles um. So. Ja. Fertig. Finished. Sehr schön. Gut. Tja, das war dieses Level. Klippenstadt. Hat wirklich viele kleine niedliche Klippen. Aber ist... Ja. Auch schnell beendet. Ringsrum Wüste. Eigentlich sind das ja dann Dimensionsportale hier, oder? Hm. Immer wieder faszinierend. Gut. Gut. Nun haben wir die Klippenstadt verlassen. Boin. Tja, da würde ich sagen, wir machen uns jetzt... Oh, ein Leben. Auf die Jagd nach... Gehen wir in die Eiswelt? Ich glaube, der Rest ist... Das ist immer mit ihrem nackigen Pupsi. So. Ja, befinden wir uns dann gleich in den Eishöhlen. Die Eishöhlen. Ich finde, die reißen hier so ein bisschen raus. Andererseits, wenn hier alles so felsig ist... Manchmal hat man das ja in einem Berg. Eine Eishöhle. Etweder am Berggipfel oder eben ganz unten drunter. Und es wird Nacht. Passend zur Stimmung. Und einen Cut. Wunderschön. Gut. Und ja, ich weiß selber, dass dieser Part hier mit dem Kalender kollidiert. Das ist auch der letzte Part, der im Dezember kommt. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist noch November. Und ich weiß noch nicht, unter welches meiner Türchen ich das lege. Aber auf jeden Fall nur unter einem Türchen von mir. Denn ein Türchen von einem anderen YouTuber soll nicht drunter leiden. Dass da zwei Videos gleichzeitig rauskommen. Ach, das ist auch ein interessantes Level. Und so wunderschön. Okay, da ist ein Juwel. Und da ist ein Riese. Gut. Meine Fledermäuse. Ulrik. Sei schön vorsichtig, Kleiner. Warte, bis du so groß bist, wie ich, bevor du die großen Gegner angreifst. Hm, aber du hast einen kleinen Schild. Gut. Das war Gladiatorendrache. Ich finde das so cool mit diesen einzelnen Designs hier. Kein Drache sieht aus wie der andere. Das finde ich so super. Und genießen wir doch nochmal kurz, wie wunderschön es aussieht. Das sieht schon auf der Playstation großartig aus, dieses Level. Aber hier haben sie sich echt nochmal selber übertroffen. Das ist so schön. Wunderhübsch. Sieht einfach alles schön aus hier. Ja, du nervst mit deinem Schneeball. Aber du passt sehr gut. Dieses Level passt halt wirklich nochmal zum Thema Dezember. Und, ähm, wenn ich dann noch andere Let's Play Parts hochlade, dann wird das im Januar sein. Weil, ihr habt jetzt genug zu gucken auf meinem Kanal mit dem Kanal. Kalender und den ganzen Türchen. Wo ich immer noch sehr dankbar bin, dass dieses Jahr wieder einer zustande kam. Also, es macht immer so viel Spaß, mit den anderen zusammen kreativ zu sein, sich was Schönes auszudenken. Und dann legen wir los. Und es kommt immer irgendwie was Cooles bei rum. Todor. Und so, wie ich mit ihm rede, habe ich, glaube ich, jetzt gerade eine Idee, unter welches Kalendertürchen ich diese, also, mit welchem Kalendertürchen ich dieses Video zusammen hochlade, weil das Türchen, ähm, vielleicht nicht für jeden was ist. So. Boom, boom. Und du auch. Okay. Ach. Das hier. Ja, hier brauche ich den Schlüssel mal wieder. Das finde ich immer ein bisschen doof, tatsächlich. Also, ich mag eigentlich das Level-Design hier, aber dass man immer so backtracken muss, um so eine olle Kiste zu öffnen. Ah, der. Der sieht auch herrlich beschissen aus. Oh. Jetzt habe ich mich gleich von seinem urgegen Design ablenken lassen. Den muss man ruhig runterschubsen. Den kann man nicht abfackeln. Und der hier sieht irgendwie aus wie, ich weiß nicht, so dieser typische Schulschläger. Mit seiner lustigen Pelzmütze. Also, so dieser Klischee-Schulschläger in irgendwelchen alten Ami-Filmen. Okay. Da haben wir es. Also, ich mag ja so alte Retro-Filmchen. Und das ist aber so der Klischee-Schulschläger. So, was haben wir denn hier? Ups. Ich weiß nicht mal, in welche Serie mein Unterbewusstsein dabei denkt. Aber in irgendeine Serie denkt sie. Andor. Danke, dass du mich befreit hast. Aber bitte. Und nur dafür hat mir die ein eigenes persönliches Design verpasst. Ist das nicht schön? Was machst du denn? Pfff. Habt ihr das Tänzchen gesehen? Das war ja witzig. Ah, hier ist der Schlüssel. It's the key. Ja, in diesem Level gibt es wieder ein bisschen was zu entdecken. Oh, der hat ja einen kleinen Schal um. Biedlich. So. Schauen wir uns mal um. Also hier sind Kisten. Dann. Gibt es hier ein paar fiese Gleitsprünge. Boing. Die schmeiße ich weg. Ich auch. Ich auch. 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 So. Also hier gibt es verschiedene Wege. und verschiedene Dinge zu entdecken. Einliegen. Hier gibt es noch mehr davon. Wir sind nämlich da oben. Versteckt. Ich weiß auch, wie man da rankommt. Oh, das werde ich euch auch gleich zeigen. Nachdem wir uns da kurz angeguckt haben, was da ist. Da ist nichts gut. Oh, hier bin ich schon mal versehentlich reingerannt. Hab ich mich gebissen. So. Asher. 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 Klingt gut. Danke für die Rettung, Spyro. Also, wo war ich? Du warst in einem komischem Kristall eingesperrt und hast genauso wie ich den Faden verloren. Ich verliere zumindest gerne mal den Faden. Hops. Noch so einer. Wieso kann ich denn nicht weghüpfen? Ich mag die nicht. Weil ich glaube, ich muss springen. Der wieder mit den Schneebellen und den Skiern. Und dem kleinen Schal. Irgendwie schon wieder zu putzig. Meine Güte. Der wollte es jetzt aber wissen. Ja, ich sollte ihn einfach anrennen und nicht wie bei den Hunden hüpfen. Ich dachte halt, ich kann ihn strategisch töten. Aber nein, einfach brutal draufrennen. Und mit den Hörnern in den Abgrund stoßen. In die Brühe. Ich nenne es die Brühe. Na gut. Ich meine, der hat eine schwere Rüstung an. Der kann nicht schwimmen. Was ein ziemlich brutaler Tod ist, wo ich jetzt schon mal davon gesprochen habe. So. Genauso macht man das. Gleich wird... Oh, nee. Wird geladen, steht da. Nicht gleich geht es weiter, sondern wird geladen. Na gut. Nochmal. Hops. 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 Und hoppeli hops. Und hops. Och, du bist ja wieder da. Habe ich da ein Juwel wenigstens? Ja. Aber lästig. Hä? Wo bist du? Schneeballmann. Hier. Gibt es wenigstens ein Kügelchen. So. Ich bin hier in dem Level immer ein bisschen ungeschickt. Ich bin allgemein ungeschickt. Ich meine Einsicht ist doch der beste Weg zur Besserung. Und. Haben wir hier noch was gehabt in dem Kreisel? Nee. Nee, da komme ich von der anderen Seite ran. Gut. Und boom. Es gibt übrigens dieses, ähm, ich weiß nicht, wofür es war für Gamecube. Ich weiß es nicht mehr. Es gab auf jeden Fall einen Spyro-Abklatsch. Der war nicht besonders hübsch. Und, ähm, das fand ich sehr schade drum, weil Spyro eigentlich schon mit so einem besonderen individuellen und sehr schönem Design glänzt. Und das dann so hässlich zu machen. Ratner. Cooler Name. Gut gemacht, Spyro. Einige Drachen dachten ja, du wärst noch nicht bereit. Aber ich wusste es besser. Ich bin sowas von bereit. Äh, wofür genau? Gute Frage. So. Okay. Ach, hier bin ich. Aber was soll's? Ich habe ein Quick Save. Und dementsprechend... Ach so, hier komme ich raus, alles klar. Gut, gut. Na dann. Dann kümmern wir uns jetzt um die anderen Sachen, die man hier holen kann. Nee, von hier komme ich da nicht ran. Ich muss da oben runterspringen. Genau. Eigentlich könnte man das Level dadurch übelst schnell durchspielen. Aber es sind hier ein paar Welten, wo das geht. Also, wo man abkürzen kann. Weil man... ...irgendwie hier Secrets... ...erkundet hat und erforscht. Wieso bist du wieder da? Die anderen sind nicht wieder da. Aber du bist da. Naja, egal. Dich ignoriere ich einfach gekonnt. So. Okay. Jetzt müssen wir uns noch mal schnell umschauen. Du führst... ...da hin. Ich glaube, von da habe ich noch bessere Chancen. Hui! Und noch mal hui. So. Gut. Okay. Und... Oh. 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 Mist. Das war keine Absicht. Das war Dusseligkeit. Ich sage ja, ich stelle mich heute besonders doof an. Ähm. Ach, gleich hier. Kurzer Dank. Ich dachte schon. Nein, ich muss nicht noch mal ringsrum. Ich kann jetzt hier einfach drüber hüpfen und dann geht's los. Ich habe übrigens angefangen, die Witcher-Serie zu sehen. Und meine Güte! Also... Das mit dem Storytelling, das haben die irgendwie nicht so drauf, ne? Also, dass man in einer Serie lieber chronologisch erzählen sollte. Ja. Es sei denn, es gibt einen ganz triftigen Grund, was zu zersetzen. Kam mir irgendwie so vor, als wollten die vieles gleichzeitig erzählen. Und dabei... Haben sie es irgendwie verkackt. Ja. Aber ich werde mal schauen, wo mich die Serie hinführt. Und vielleicht... Wird sie doch ganz gut. So. Jetzt holen wir uns die Kiste. Und wenn ich die Kiste habe... Hier, die dieser eine, der respawnt. Aber den habe ich auf jeden Fall schon mal getötet auf dem Weg. Wie viel habe ich denn jetzt? 400 von 400. Ja, ich wusste es doch. Sag ich doch. Gut. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Fehlt hier ein Drache? Ne. 100%. Wieso stand denn das? Das stand nicht da. Das stand nur, dass ich alle Juwelen habe und nicht, dass ich alle... Na, egal. So. Falls ich mich wieder in den Graben versenke. Während ich hier was hole. lieber nochmal speichern gehen. Ups. Na, komm schon. So. Meine Lieben. Ihr habt euch doch gefragt bestimmt, wie man jetzt an diese komische Insel kommt. Ganz einfach. So. Und wenn man das weiß und einfach nur das Level schnell durchspielen möchte, kann man tatsächlich hier einfach durchspringen und dann... Ja. Ist man schon beim Ausgang. So schnell kann man dieses Level lösen. Weil das war jetzt der Level Anfang, von dem aus ich hier rüber gehopst bin. Ach, wie wunderschön. Ich mache jetzt trotzdem einen Cut. Gut. Eigentlich hätte ich mir die Cut fast sparen können, weil... Ich werde hier jetzt den Part beenden. Hm. Naja. So. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Dieser schöne Part, wie gesagt, ist der letzte, der dieses Jahr rauskommt, weil der Kalender natürlich Priorität hat. Und wir sehen uns im nächsten Jahr mit Spyro wieder. Bis demnächst. Gut. Vielen Dank.